Hi, mein Name ist Martin. Ich bin freiberuflicher Frontend-Webentwickler und möchte euch heute eine Kleinigkeit mit Flexbox zeigen. Und zwar habe ich hier eine Navigation vorbereitet, ein Nav-Element mit vier Links drin. Und die sitzt mittig, ist irgendwie 600 Pixel breit und die Items hier drin habe ich schon ein bisschen eingefärbt, Displayblock gemacht, sodass man sieht, wo genau sie sitzen. Und Ziel der ganzen Übung ist es, diese vier Menüpunkte nebeneinander zu verteilen und jeden einzelnen Menüpunkt gleich groß zu machen. Ohne Flexbox würde man jetzt hingehen und die floaten lassen, würde zählen, das sind vier Stück. Das heißt, jeder Menüpunkt muss 25% breit sein, fertig, alles geschafft. So, das ist natürlich jetzt doof, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht mit einem CMS verbunden ist und ein Redakteur vielleicht einen Menüpunkt hinzufügt oder rausnimmt und dann müsste rein theoretisch auch das CSS angepasst werden, denn dann müsste jeder Menüpunkt eben nicht mehr 25% breit sein, sondern irgendeine andere Prozentzahl. Das ist natürlich blöd. Also, mit Flexbox sind wir da viel flexibler und da zeige ich euch mal kurz, wie das geht. Erstmal setzen wir den Container, also Class Nav, setzen wir auf Display Flex. Dann werden die alle nebeneinander aufgereiht. Also, wunderbar, das ist schon mal die halbe Miete. Aber die sind natürlich jetzt unterschiedlich groß. Die sind einfach so groß, wie sie sind, plus Padding. Und das Ganze wollen wir natürlich jetzt anders. Wir wollen, dass sie sich über die ganze Breite verteilen, aber nicht einfach irgendwie, sondern jeder Menüpunkt soll gleich groß sein, egal wie viel Text da drin steht. Das kommt ja durchaus mal vor in einem Design. Muss ja auch nicht Navigation sein, könnte auch irgendwas anderes sein. Wie wir das hinbekommen, ganz einfach ist, wir setzen die FlexBases auf 0 und setzen FlexGrow auf 1. Und schon ist es geschafft. Damit wir besser erkennen können, wo ein Menüpunkt aufhört, würde ich jetzt mal noch das navItem not first child border left noch hinzufügen. Also jedes navItem, außer das viertel, kriegt ein border left. So haben wir die Striche dazwischen. Jetzt kann man sehr gut erkennen, alle Menüpunkte sind gleich groß. So, wieso ist das so? FlexBases funktioniert so, dass bevor FlexBox den verfügbaren Platz verteilt, guckt es nach der FlexBases. Und die FlexBases sagt halt, es ist standardmäßig so, dass jedes Element ist einfach so groß, wie es ist. Also wenn jetzt irgendwie der Text hier drei Wörter ist, dann ist es halt keine Ahnung, wie viel Pixel breit. Und nur ein Wort ist anders, ist halt weniger breit. Und ab da würde per FlexGrow dann der völkere Platz verteilt werden und jedes würde dementsprechend gleich wachsen. Aber dann sind sie immer noch unterschiedlich groß. Das heißt, wir wollen, dass die Basis für jedes Element gleich groß ist. Wir könnten auch die FlexBases von jedem Element auf was anderes setzen. Und vielleicht FlexShrink oder so FlexBases auf, keine Ahnung, 600 Pixel. Dann wäre halt jedes standardmäßig 600 Pixel. Und dann würden sie kleiner werden, alle gleichmäßig, weil alle FlexGrow oder FlexShrink eins haben. Genau, aber wir setzen einfach die FlexBases auf null. Das heißt, ohne FlexBox oder ohne FlexGrow wären sie im Prinzip null Pixel breit. Das geht natürlich nicht, weil der Text noch da drin ist. Aber man sieht schon, so sind sie auch gleich groß. Und dann über FlexGrow eins wachsen sie alle gleichmäßig, ausgehend von der gleichen Größe. Und dann kriegen wir genau das. Und jetzt könnte man hier auch einfach, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Menüpunkt rausfliegt, nur noch drei Menüpunkte drin, dann wird der Platz trotzdem gleichmäßig verteilt und fertig ist die Geschichte. Das war's schon, kleiner FlexBox-Trick, um alle Elemente gleich groß zu machen, egal was drin ist. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.